Aber wir können es mal versuchen. Das kann man immer, oder? Wir sollten es immer versuchen. Wie gesagt, wenn man mal den Ball wegtötscht, weiter versuchen. Was? In drei Bällen ist es noch richtig schwierig, oder? Es wird auch drüber sein, oder? Oder in vier Bällen? Es ist auch noch schwierig, oder?